ARD Text im Auftrag von SWISS TXT Oh, da ist Havoc Oh, Havocchi! Fast Schüsst er uns ab, der Frechtax Er lebe Ja, gegen den kann ich leider nichts machen Rausen Oh, oh Nein! Rausen! Oh, schade Kampf um Feig habe ich nicht gehabt Aber nein, hat uns die Viper noch gefetzt Wer hat sie da oben? Oh, nice Ah, du lebst ja noch Ja, Mann, du bist ein Killstealer alles Zwar, das gibt es hier nicht, oder? Ich gehe einfach mal hier oben, hier gibt es sicher spannende Dinge Die Roue Ich habe schon mal erwähnt, dass meine Lebensansicht ähnlich wie deine ist Stop is Und das ist der Cobra. Hört auf! Oder ich muss euch eliminieren! Wow. Tuff. I'm going to see for now. Ich will hier. Ich will hier. Ich will hier. Ja, du bekommst leider keine. Oh fuck, wir bekommst beide. Oh oh oh. Bist du unter den Schuss? Der Hannibal! Bist du unter den Schuss? Nein. Warum sagst du dann oh oh? Oh oh, aber jetzt kommt der Tank. Du möchtest mich jetzt wieder beleben. Wenn du nett bist. Okay, du bist hier. Ich weiss nicht, was es reicht. Nein, es reicht nicht. Wir sind alle tot. Yay! Aber jetzt kommen wir noch weiter. Ah, ich habe gesagt, du fliegst. Aha, ja. Nein, ich fliege. Du hast schon einmal geflogen. Du bist schon einmal geflogen. Sorry. Ich kann nicht Deutsch. Kobra. Merci für den Tipp. Er hat selber nicht mehr. Ah! Abgestürzt. Merci für den Tipp. Er hat selber nicht mehr. Boah. Tief fliegen. Aber ich habe es nicht so im Griff. Ich habe es nicht so im Griff. Es hat ja auch War Thunder gespielt. Es ist verdammt schräg zu fliegen. Jetzt habe ich gleich gemeint. Was hast du gemeint? Ich habe alles im Griff. Ja, durch die zwei Strasse. Schau, ich habe alles im Griff. Hier unten durch. Hey, du! Ich sage nichts. Es war nicht einmal in der Strassenlaterne. Mal, ist es. Ist es? Ja. Ja, der Chat ist uns rausgeflogen. Reine geflogen. Hast du nicht gemerkt? Ja, nein. Nein. Was? Warum nicht? Nein! Sag jetzt warum nicht. Hey, ich mache mich verdammt zum Noob. Also ich bin Noob, aber du weisst was ich meine. Ja, so einigermassen. Ich habe gepunkt. Ich habe gepunkt. Oh oh. Das sieht nicht toll aus. So, wieder die alte Technik. Oh lol, da ist ja einer drinnen. Hast du ihn? Nein, aber ich habe ihn nicht gesehen auf dem Radar. Ich wollte es sehen, dass du eigentlich noch einen Punkt gekommen bist. Vielleicht ist er oben. Er ist oben innen. Oben innen oder oben? Ahne, 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 ahne. Oh lol, Hvok nicht lustig. Oder Cobra. Oder Viber. 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 Viber ist doch so ein Programm oder so. Hey. Cooler Raum. Hey. Kommt rein. Kommt rein. Ich werde immer raus schauen. Was? Ah, F*** dich. Ja was F*** dich. Sag doch irgendwas. Wir können hier raus schauen. Ich gehe einfach. Ah, da kommt der Tank. Komm zurück. Du hast keine Chance. Wo? Wo? Oh, klar oder nein? Ja, ich dachte. Ja, ich dachte. Ja, du meinst noch viel. Ja, du meinst noch viel. F*** dich. Ja, die wollen jetzt hier gerade... Was? Ey, du musst du doch nicht zu... Ey, du bist so nett. Er röcht nicht mich zu, dass ich mich nicht zu kümmern kann. Was? Nein, das war wirklich nicht die Absicht gewesen. Ich würde dich nie absichtlich zu röchten. Ja, jetzt fahre ich den Halt davon. Jetzt habe ich meinen Kläger mitgenommen. Der ist halt cooler als tot. Okay. Der ist halt ein Arschloch. Ihr röcht nicht jetzt von hier zu. Oh, da hat es noch ein Beid. So, ich will durch den Rauch fahren. Das war schon immer mein Bubentraum. So, wuuu. Auf Wheelie noch am besten. Machst du das? Hehehe. Ein Bubentraum, der uns erfüllt. Du hörst es aber recht drauf, oder? Ich habe schon erwähnt, dass das eine sehr lange Folge wird. Bist du gestorben, Opfer? Ja, ich bin gestorben. Du bist ein 1.7 Junge. Ich habe kein 1.7. Bei mir habe ich 6.15. Ah nein, das ist der andere. Sorry. Ja, ich habe 6.15. Hast du auch mal geflogen? Hey, wo fährst du? Zu D. Ich will jetzt sicher D reinnehmen. Was soll ich? Zu A. Ja, wir bekommen einen Schaden. Ja, geh zu A und... Ja, nein, das wird schon eingenommen. Nein! Die nehmen jetzt gleich D ein. Sie nehmen D ein. Jetzt gleich. Ich kann auch sehen. Glaubst du mir nicht? Sehst du, von woher kommen wir die Schüsse? Ja, von woher kommen wir die Schüsse? Warum? Jetzt sind wir wegen dir gestorben, Jeno. Sorry. Nur wegen dir. Dropship. Tja, jetzt ist das Dropship weg. Ah, das kommt, glaube ich, wieder. Ich bin mal im Dropship. Kommt doch zu mir in Heli. Also, ich probiere es nochmal. Aha, wirklich? Es kommen dann die Viper von oben. Rechts. Wir sind egal. Ja. Gut, okay. Bist du draussen? Nein, ich bin nicht draussen. Aber... Äh... Jetzt... Ich geh. Zulbstmord. Yay! Nein, da ist einer. Der ist noch nicht tot. Oh! Alter, das sieht nicht so geil aus. Ich dachte, der ist schon tot. Oh, die kommen jetzt gleich rauf. Die wissen, dass wir da sind. Sie wissen es! Oh! Okay, aber... Du wirst doch behindert. Behindert. Das ist ja gleich. Wir haben ja Tank hier unten. Dann passiert uns nicht viel. Packy Tank? Ist das wahr? Wenn ich jetzt sterbe... Ich bin gestorben. Ich bin gestorben. Ich bin gestorben. Ich bin gestorben. Aber die sind noch hier hinten im Haus, oder? Dann kommen wir halt zum Pumpwerk. Nein, das Dropship. Nein, nehmt ihr hier auch ein Dörf. Ein Dörf. Ah, du bist halt im Dropshit. Shit. Im Dropshit. Jetzt verlieren wir C. Und ich kann jetzt so perfekt dorthin seglen. So. OC für Rain. Let it 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 rain. Selbstmord! Tja, weil du ein Spass bist. Come on. Du hast dich selbst eliminiert. Ah, der stirbt jetzt da gerade. Der Kollege ist da oben. Ich habe keine Chance, aber... Oh nein, jetzt sollte er wieder meine Mom... Der war ein schöner Schrei gewesen. Jetzt sollte er wieder meine Mom sehr ruhig sein. Soll ich mit dem Havocco abholen? Nein, bitte nicht. Mal komm ich mit dem Havocco abholen. Das wäre sehr... Zuerst fett sie noch die Viper. Oh, oh, oh. Innen, innen. Ja, der nimmt die Viper. Da draussen fett sie. DARK JONES. Hier unten. Hier unten. Hier unten. Oh, schade. Schönerli. Bönerli. Warte, ich komme! Ich komme! Ich weiss, du steckst nicht ein! Oho! Ich habe es nicht checket. Oho! Ja, okay, flieg weg. Okay, ich habe es überlebt. Das ist vielleicht das Beste. Das Beste. Das Beste im Battlefield. Was ist das Beste im Battlefield? Eben, du kannst aus einem gerannenden Helikopter kumpeln. Und... BAM! Wir schnappen einfach. Und überlebst es einfach, weisst du. Das ist so... Jetzt komm schon. NEIN! Ey, jetzt habe ich doch mal einen Meister. Meister. Ey, das wird eine sehr lange Folge, Kollege. Ja, das wird eine lange Folge. Ich habe es nicht schon gesagt, dass es eine lange Folge ist. Es wird eine lange Folge. Ja, nun. Weisst du, was es wird? RAUCH! Oh, fuck. Ja, wo fährst du hin? Ja, keine Ahnung. Jetzt gehen wir zu 10. Mach eine Wheelie, Babu. Wir fahren nicht durch den Rauch. Fuck. Oh, wir fahren durch den Rauch. Fuck! Aha! Ja, jetzt hast du nicht viel Spaß. Warte schon, können wir hier... NEIN! Können wir hier rauf fahren? Irgendwie. Versuch es mal, wenn du etwas siehst. Feiti. Ah, hier. Ich bin chillt. Chillt. Ah, ich sehe es. Sorry. Oh fuck. Okay. Geht nicht. Ich weiss, jetzt kommt einmal um. Ich komme hier rauf. Ja. Mama! So, die sehen uns nicht. Die sind blind! Nein. Sie schiessen einfach in den Rauch rein, aber sie sehen uns auch nicht. Ja und? Sie sehen uns nicht. Ah, da ist einer. Der geht jetzt von hinten, wo ist er? Ja, keine Ahnung. Oh, die Viper hat uns gesehen. Oh, wie kommst du drauf? Bö? So, jetzt gesehen sie aus. Oho! Weiber! Weiber! Da ist einer! Ah, es geht weg! Sie verpissen! Hallo? Wir verlieren wieder! Da muss ja einer sein! Gut kombiniert! Watson! Das hat noch gefeilt, Junge! Loll! Ja, der Kerne kommt mich auch wieder beanimieren. Der ist gerade beim Motorrad, er kommt hoch! Schön! Ahne! Ja, du kannst mich nicht mehr beanimieren, aber ich komme zu dir! Ja! Aber irgendwo muss noch einer sein! Ja! Sniper! Ich gehe hoch! Du musst mich einfach durch animieren! Ah nein, wir nehmen drei, okay! Warum? Wenn es einer ist! Ah, okay! Ich verstehe! Ich verstehe! Ich verstehe! Was nehmen wir hier oben? Loll! Er hat mich! Er ist glaube ich genau ein Hacker! Loll! Wie konnte ich den nicht nehmen? Ich hatte mein Visier voll auf ihm! Auf ihm? Wer soll ich schreiben? Er ist ein Hacker! Er ist überzeugt! Er ist ein Hacker! Okay, Hacker! Schau, das gibt es! Das gibt es, Junge! Ey, das ist ja verdammt geil! Aha! Mit dem Dropship kannst du eine BNP rausfallen! Das geht aber schon! Nein, jetzt bin ich in einem Jet gespawnet! Aus Versehen! Fuck! Nein, jetzt müssen sie schauen, wenn ich die Jet fliege! Nein! So, die Vorgabe! So, die Vorgabe! Muss ich einen Kommentar dazu geben? Das gibt es ja nicht! Das sind verdammte Bäume! So! Hast du meine Jet-Künste gesehen? Nein! Sorry! Ich bin gerade in einem Baum geflogen! Ey, immer wenn bei dir spawnen, kommt gerade eine Rakete zu fliegen! Von wo? Vertraue dir nicht! Ja, und was möchten wir erst sterben jetzt? Bist du tot? Du bist tot! Ich habe dich nicht wiederbelebt! Das tut mir sehr leid! So, jetzt sollen sie mich gleich töten! Die bösen Männer! Böse, böse Buben! So! Oh, wir haben jetzt das Einsatzteil erobert und können zurück zur Basis! Ist das nicht toll? Oh, fuck! Oh, fuck! Oh, fuck! Another noodle!